so liebe freunde ich melde mich noch mal zum tagesabschluss hier aus einer kleinen pension diesmal nicht in peruza so wie ich eigentlich geplant hatte sondern in la valla ganz komisch ich war in peruza so nach 19 kilometern war dort auch in so einer kleinen pension da hat mir es überhaupt nicht gefallen es war alles so klein und du hättest gar nichts machen können da war zwölf uhr was will ich denn den ganzen tag dann tun da habe ich mir auf der karte mal angeschaut der nächst größere ort ist la valla das sind so circa neun bis zehn kilometer noch mal weiter und da habe ich mir gedacht ach weiß was jetzt läuft der einfach weiter das knie tut zwar weh aber naja das tut morgen genauso wahrscheinlich weh und ich hatte zeit auch wenn ich langsam gelaufen wäre habe ich mir gedacht kommst du so um drei wahrscheinlich an ich bin dann einfach losgelaufen und wieder meine galizische achterbahn bergauf bergab bergauf bergab es ist unglaublich also die machen wirklich die zielpunkte immer auf den höchsten berg wenn die strecke mal geht dann nicht um den berg rum sondern immer oben über den gipfel drüber das ist unglaublich na gut ich bin jetzt hier in la valla angekommen und wie gesagt in einer netten kleinen pension ich bin überglücklich dass ich das geschafft habe jetzt sind nämlich morgen nur noch ich denke mal so zehn kilometer das heißt ich kann total entspannt morgen die letzte etappe angehen und muss nicht hektiken und stressen sondern habe wirklich dann auch zeit in ruhe zu laufen und das ist eigentlich für mich das wichtige okay ich melde mich dann morgen wieder und werde jetzt mal den abend oder den rest des tages wirklich schön genießen